Unzufrieden mit dir selbst? Nehme dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen. Die Freiheit für einen Moment, das zu tun, was dich spontan am meisten anspricht, könnte deinen Stimmungsbarometer heben. Deine Lieben können es dir aktuell nur sehr schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden. Und du brauchst ein paar Streichleinheiten. Sorge ruhig für dein Wohlbefinden. Du möchtest mehr Zeit, als dir zusteht. Eine Laune lässt dir leicht Stalien annehmen, überheblich reagieren und dazu Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hand zu Grüße in Form von Grüßigkeit und Toleranz anderem gegenüber. Ja, das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Grüße in Form von Grüßigkeit und Toleranz und Toleranz und Toleranz und Toleranz. Grüßigkeit und Toleranz und Toleranz und Toleranz und Toleranz und Toleranz. Untertitelung des ZDF, 2020